die kaputt die kaputt die kaputt die kürze kurz bevor ich kaputt geht los 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 okay dafür will ich eine Waffe aus und dahinten ist nichts also so was ist denn da oben komme ich da irgendwie hin auf der Seite ist nichts fehlt auf der anderen ja das sieht doch gut aus umsonst gefreut es wäre ein guter Platz für ein Versteck gewesen aber mir ist kein Glück vergönnt ist auch interessant komm ich will da rauf bitte bring mich rauf ich will mir das Teil näher anschauen ja los danke, danke, danke ja so das krieg ich ja kaputt was dann passiert gibt es dann irgendwas als Belohnung Secret zum Beispiel das ist wirklich interessant stehen achte sagt 9 die Mauer nicht doch nicht die Mauer jetzt aber ist nicht zu Und ich bin hier wieder. So. So, leer. Richtig. Ach, jetzt der Fuck nochmal. Aber interessant zu wissen, dass es da weitergeht, wenn ich nur das U-Boot platt mache. So, wo war's? Da oben. Zack, 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 zack. Ja, komm. Ja, wunderbar. Du kannst mich treffen, ist mir egal. So. Für den Gegner da unten nehme ich dann eine Waffe. Das ist ein komischen Fisch da. Und zwar, ähm, mich nehme dich. Hm, wo bist du? Na, so. Ja, komm, zählt unfair. Ich hab kaum noch Leben. Das ist echt übel. Ja, komm, geh wirklich schnell kaputt. So. So. Gott sei Dank. So, so, so. So. Ja, komm wieder runter. Ach, so ein unfairer Shit. Wie viel Leben hast du denn du? Ich hoffe, ich sterbe nicht. Ich treffe dich sogar doppelt und du stirbst nicht. Na? Knapp. So. Geh doch endlich einfach kaputt. Ich will nur, dass du stirbst. Mehr nicht. Mehr verlange ich doch gar nicht. Selbst mit den Waffen der Bosse. Ey. Wie lange kann ein Gegner brauchen? Na, also. Geh doch. Oh, Gott sei Dank Leben. Ja. Jetzt hat sich das bitte auch gelohnt. Ja. Aha. Okay, hat sich schon gelohnt ein bisschen. Aber ich hatte trotzdem auf eine Kapsel gehofft. Ist da vielleicht noch irgendwo? Ja. Jetzt leiden. Ja, 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 ja. Nein. So. Mehr nicht. Aha, muss ich weiter. Aber übrigens, mehr leben ist besser als nichts. Das muss man schon sagen. Oh, Gott, jetzt kommt hier doch nochmal so ein Viecher, oder? Ja, ja. Das muss man schon so gut anfangen. So. Slowdowns. Ja. Komm, geht da um. Hm. Wie viel Leben dieses Misting hat und wie wenig es dafür kann. Wer ist wenigstens ein herausfordernder Gegner. Aber im Grunde fliegt das Teil nur die ganze Zeit rum. Und quietscht komisch. Schiebt einen vor sich her. Aber können tut's nix. So. Komm. Komm. Na. Oh, Mann. Ich hasse diesen Gegner. Das ist mein absoluter Hassgegner bisher. Der ist schlimmer als diese Teile, die einen in die Luft ziehen. Na, eigentlich. Pure Zeitverschwendung. Ja, geil. Ihr wollt auch noch, wenn wir die Suppe hier versalzen. So. Okay. Das war's. Nee, gibt's hier nicht. Und Schnitt mit diesem Fortschritt. Und Schnitt mit diesem Fortschritt.